Hallöchen ihr Lieben und Willkommen hier zurück bei Annas Quest. Ja, wir sind jetzt auf der Suche nach der Eisrose. Und ja, ich hab mir so überlegt, dass wir dem Drachen ja für die Laterne hinten ein bisschen was an Futter geben können. Und ja. Ja, jetzt haben wir einen feuerspuckenden Drachen. Gott sei Dank. So, und dann gehen wir jetzt einfach mal versuchen, hinten die Laterne anzumachen. Denn wir haben doch hinter der Kirche zwei Laternen. Nur kamen wir da die ganze Zeit nicht dran. Oh ja, wenn ich die Lampen drücke, hätte ich die Lanternen lieben können. Genau. Wie? Okay, dann müssen wir wohl nochmal in die Kirche selbst rein. Okay. Dann gucken wir doch nochmal ganz kurz... Ja. Ja? Was ist das? Es gibt eine wunderschöne kleine Symbol hier, auf der rechten Fenster. Aha. Wie geht das? Ich bin nicht sicher, was es bedeutet, aber es ist definitiv sehr komisch. Okay, merkwürdige Symbole. Da bin ich mal gespannt. Wir versuchen das jetzt noch einmal, denn sie hatte jetzt mehr Text abgelassen als beim ersten Mal. Ach so, ja, dann kann sie das Muster vielleicht erkennen. Na, endlich. So, dann machen wir direkt mal... Genau. Inventar auf, dann... Mach mal Licht, mein kleiner süßer Freund. Grün und rote Stacheln. Irgendein... Ah! Schaut meine an. Es werde Licht... Nein, 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 nein. Da ist ja noch eine Laterne. Lol. Jetzt erst gesehen. Die ist schon an. Okay. Okay, dann brauchen wir also nur eine. Ansammlung von kleinen Symbolen. Ah, es scheint auf die Kirchenorgel. Hm. Aber wir haben halt noch keine... Okay, dann müssen wir noch ein bisschen suchen. Ähm, wir haben aber den Schrein auch noch nicht gefunden, ne? Im Wald. Da sollte ja noch ein Schrein sein. Den haben wir hier auch noch nicht gefunden. Da ist der See, hier ist die Hütte. Und soll das vielleicht der Schrein sein? Aber hier, bei dem Baumstamm will sie ja nichts machen. Nur die... Ja, den sollst du ja auch nicht kaputt machen. Vielleicht untersuchen. Hm? Hinweisung. Ah, guck mal eine an. Direkt mal aufschreiben. Hm? So. Und dann... So. Und... Gehen hier. Okay. Sind auf jeden Fall Runen und es sieht aus wie die Runen oder die Symbole von der Kirchenorgel. Mal gucken, ob ich da richtig liege. Wir gehen einfach mal zum... ...zu dem kleinen Ding hier. Ah, lass mal gucken. So, wir brauchen einmal... Tja, ich weiß jetzt nicht, ich fang mal einfach so an. Wir brauchen, ich glaube, das hier. Das hier. Ne, das ist es nicht. Entweder das oder das. Ich denke mal eher das hier. Dann wieder das. Und dann... Und... ...dudududum... ...dum... Die Reihenfolge ist wahrscheinlich ein bisschen falsch. Probieren wir einfach mal alles hier so und dann... Ach ja, der hier war noch, genau. Und einer fehlt noch. Den haben wir, glaube ich, einmal gehabt, ne? Okay. Machen wir nochmal. Und dann den. Oh mein Gott. Hm, ich hab die doch eigentlich relativ gut abgeschrieben. Oben zackig und unten einen Haken. Dann dasselbe wie Nummer zwei. Und dann wieder den mit dem... Oh, halleluja. Okay. Haben wir geschafft. Gott sei Dank. Oh, da geht was... Die Tür. Jawoll! Haha! Auf die Schulter klopft. Oh! Awww Okay, super. Dann gehen wir doch mal die Glocke läuten. Oh, boah, was für eine Glocke. Junge, Junge. Kommen wir so nicht dran. Wahrscheinlich mit den Fähigkeiten hier. Oh, da kommt ein Vogel. Zumindest sah das so aus. Was? Etwas? Oh! Hi! Hi! Schlecht gelaunt? Warte mal, wir haben doch auch einen Drachen dabei. Vielleicht werden die ja Freunde. Und sie ist nicht mehr so böse. Oh, guck mal, wie süß. Oh nein, wie niedlich. Oh, guck mal, wie süß. Oh nein, wie niedlich. Oh. Oh. Das nenne ich mal Karma. Tut Gutes, Leute. Ihr bekommt Gutes zurück. Ah! Schön. Wow, was für ein Gletscher. Das war unglaublich. Ich kann dir wirklich nicht genug bedanken, Red Dragon. Ich muss nur kurz etwas suchen, und dann können wir gehen, okay? Okay. Okay, bei dem Drachen geht's zurück. Aber wir wollen noch nicht zurück. Wir haben hier... Was haben wir denn hier Schönes? Ein Haus. Ui. Okay. Vielleicht, weil's kalt ist? Haha. Also könnte ich mir vorstellen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt Eis ist oder... Oh, Steine? Hm. Okay. Steine. Ja, wieso denn nicht? Haben wir ja alles? Warte, hier war noch was, ne? Hm. Klopfen wir mal. Oh. Oh, der weiß schon, was wir haben wollen. Hm. Hm. I... I need a rose. A special rose from the top of this mountain. A rose? But... I thought you were here for... Uh... Hm. No! You can't have it! Now go away forever! But... Do you know where the rose is, Sir? Of course! I have it right... Waaay. Ah. No. No idea. No roses here. Now go away. Hm. Hm. There has to. Okay, warte, wir versuchen mal so reinzukommen. Hm. Maybe not here. Hm. 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 Wir sind ja mittlerweile richtig gut geübt. Hm, vielleicht noch mal? Hatten wir mit der Hexe ja auch. Oh! Oh, sorry alter Herr. Oh, und der dreht richtig am Rad. Was? Fragamogermuffinsassalwa. Mega fräggin mega. Tu nicht gut. Haha. Ja. 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 I don't care go scram no alter Wo? Wo? Sir! One of the villagers! They say they've seen her walk into this very town just this very night! By the stars! Right under our notice! The Nurb! And the Bear Man! No sighting, Sir! I'll keep asking around about both of them, Sir! Well... Maybe it's a good idea to see if they've left the village. Because if I was them... But I'm definitely not. Definitely not. Well... That's what I'd do. Run away! Far away! That is good of you, kind sir! To offer your simpleton assistance! This is a matter for the great minds of the Royal Guards! Is it not? Sir! Exactly right! As always, sir! We'll hop to it! Back to the nitty gritty, man! Let's root out those dastardly rapscallions once and for all! Oh, huh! Hurry, Anna! Oh, ganz schön fies! And even though he didn't like having his beard trapped, he was forced to sit still for just a second to hear me out! I didn't take you for the violent type! But... No, that's... Oh... You don't think that's violent, do you? Hush, hush! I'm teasing for goodness sake! So, two down, one to go! If you wish to discuss the last one, hurry up about it! The sooner you get the last item, the sooner we can save your grandpa! Yeah... Wegen dem Zauber, das du brauchst... Zauberbuch, das du brauchst... Ja, was waren das nochmal? A spellbook you said you need? An old lady? Just... Took it from you? One of the most powerful spellbooks in all the land, and you gave it away! Well, not like that! I mean, she was nice about it, and seemed like a nice little old... Nevermind. You must find it regardless. It contains the chance for the spell, and is absolutely vital. Uh, alright. I will. I'm sorry. Don't apologize, child. Just get it back. I best get looking for these objects, then. Um, yes. Okay. I'll see you soon, then. With the objects. Okay, then. Hmm. Also, was mir persönlich nicht so gut gefällt, ist, dass wir die Objekte, gerade nachdem wir sie haben, alle auf ihren Tisch legen. Die haut doch mit Sicherheit danach irgendwie ab. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja. Uns fehlt jetzt noch das Zauberbuch. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz zum Ben. Und schaue mir mal an, wie es ihm geht. Oh wow, ganz schön dunkel geworden hier, oder? Huh? You okay, Bea... Uh... Yes, Bea... ...Ehm... B... Bjorn? Bjorn. Bjorn is what my name is, isn't it? Ah. Abba. Er... sughr... Abbey? Yes. Yes, Abby. I am well, Abby. Good grief. You travelers have peculiar conversations. Hm. Okay. Aww. Is everything okay? Why are you sad? Leave me be, girl. Can't a man just drink away his woes and peace? Oh dear. I...I'm sorry, sir. Aww. I hate seeing people looking so sad. I hope I can help him somehow. I don't know. Telekinesis isn't really needed here, I don't think. Okay, er hätte ja klappen können. Ich hätte ihm gern irgendwie das so patsch ins Gesicht geschleudert. Gut, okay. Dem Ben geht's gut. Ups. Is everything okay? Leave me. Can a man just drink? Ja. Okay, gehen wir nochmal raus. Und gehen nochmal alle Sachen durch, wo wir hingehen können etc. Denn, ähm... Ja, was haben wir so im Inventar? Immer noch die Schnur, die Schere, das Porträt und halt das Amulett, was uns beschützen soll. Ja, da fangen wir jetzt an zu gucken. Ja, da fangen wir jetzt an zu gucken.